Ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind hier in der verschollenen Stadt, die nach byzantinischer Baukunst aufgebaut wurde und müssen uns jetzt irgendwie einen Weg, einen wunderbaren Weg durch dieses Tor da bahnen. Ja und ihr seht schon, das ist mit ganz vielen Seilen befestigt. In der letzten Folge hatten wir schon ein paar davon gelöst und nun geht's weiter und ich hab da was ausgemacht. Zack. Schade, hätte ich gedacht. Hätte ich von ihr erwartet eigentlich, Lara, dass sie stark genug ist, weil dann können wir so richtig schön den Kegel machen. Aber wie gesagt, die Sowjets haben den Kram hier reingeschleppt, damals, um diese Tür aufzumachen, aber wir haben sie scheinbar auch nicht aufbekommen. Und wir haben in der letzten Folge noch gelesen, da ist ein Aufstand kurz bevor Stand. Mhm, so sieht's nämlich aus. Okay, dann gucken wir uns mal hier weiter um. War auch gar nicht mehr hier oben. Hier haben wir ja noch in der letzten Episode auch ordentlich unseren Kampf geliefert. Habt ihr auch nicht gesehen? Wir schlendern mal weiter. Okay, das funktioniert. Es wäre natürlich eine Option, das Ding einfach da runter zu dollen, mit, äh, Muskelpower von Lara, aber das scheint nicht so ganz zu funktionieren. Wir könnten allerdings das Seil durchschneiden. Aber das würde auch nicht funktionieren. So kommen wir aber immerhin auf die andere Seite. Die Frage ist nur, ob das Ding dann komplett runterreißt und uns gleich mit. Also dem vertraue ich nicht so ganz. Gibt's hier noch irgendwas, was wir irgendwie aufheben können oder so? Aha. Ich wage es. Oh, oh. Hab ich mir was gedacht? Oh. Okay, ich glaube, wir sollten uns hier ein bisschen beeilen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ewig hält. Ich komme hier allerdings nicht rum. Hier aber. Boah. Das ist alles, alles vereist. Da springe ich jetzt lieber nicht rüber. So, hier fühle ich mich eher sicher. Okay, hier können wir noch was mit der Seilwinde machen. Der Bagger, beziehungsweise Kran steht da nicht mehr so atemberaubend. War schon mal besser aus, glaube ich. Okay, das Ding können wir mal verschieben. Na so, Gott will, werden wir das mal tun. Ganz ans Ende. Ah, ich verstehe. So können wir dann Seil spannen. Oh, theoretisch. Läuft das Wasser ja fast wie in so ein Topf da rein, ne? So weit müsste das ja eigentlich gar nicht. Aber ich fasse mal ganz bis zum Ende. Einfach nur so zum Rumprobieren. So, und jetzt? Klappt. Jetzt können wir das Ding wieder zurückziehen. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ändert. Außer, dass wir das Teil drehen. Aber zielen tun wir es damit nicht, offensichtlich. Okay, dann löst sich einfach nur die Leine. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Aber das bedeutet, wir können das Teil auf hier loslassen. So, und hast du das top. Den Seilfall dran ballern. So, sehr schön. Das hat sie gut hingekriegt, mal wieder. Okay, dann klettern wir mal darüber, oder? Ich weiß nicht. Probieren wir es aus. Hm? Ne? Klettern wir nicht? Okay, es taucht nichts auf, dass wir da... Es wird auch keinen Sinn ergeben, da rein zu klettern, so richtig. Aber wie ist es denn dann da? Schauen wir uns jetzt mal nochmal weiter um. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Schätze. Okay, ein bisschen Erz haben wir bekommen. Ja, was soll man denn dann mit dem Ding hier machen? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Okay, theoretisch nochmal da hoch. Das könnte natürlich... Theoretisch überlege ich, ob ich da den Kran nochmal hochkletter. Ob ich da auf die andere Seite manövriere. Aber eigentlich bräuchten wir ja mehr Gewicht. Das heißt, wir müssten diese Lohre eigentlich darunter stürzen lassen, oder? Dann würde so viel Gewicht vielleicht dran sein. Ah, hier ist eine Kurbel. Okay, ich verstehe. Ja, dann können wir es bewegen. Wir müssen das Ding nicht verschieben. Aber noch ein bisschen. Und weiter geht nicht. Aber perfekt. Jetzt läuft das Ding voller Wasser. Optimal. Der Kran ist ruhig. Okay, Beeilung, 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 bevor er komplett runterbricht. Oh, und Sprung. Was für eine knappe Angelegenheit. Ei, ei, ei. Rein in die gute Stube. Wir sind drin. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Die Tasch. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Aufwärmen. Betreten sie das Tal. Das Tal? Boah, sieht schon cool aus. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Wandgemälde. Irgendwas, was wir uns anschauen können genauer. Diese schönen Skulpturen vielleicht. Schätze sind hier wohl nicht zu sehen. Boah, ist schon ziemlich episch gemacht. Okay, dann auf ins Tal. Das ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Da schlägt das Herz des Eugenogen höher. Oh, der Eingang wurde wohl lange nicht benutzt. Aber irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass wir in diesem Tal dann alleine sind. Ganz ehrlich, das wäre doch ein bisschen krass, oder? Okay, ich beihe mich, mein Lieber. Da bin ich ewig Luft, leider Gottes. Boah, das war knapp. Erstmal wieder ein bisschen Farbe im Gesicht kriegen. Irgendwo in diesem Hirn. Okay, nochmal. Ich war nicht ganz perfekt aufgeladen. Ich hoffe, hier gibt es bald wieder ein Luftloch. Jetzt bekommen wir ein etwas größeres Problem. Boah, wie geil sieht das denn hier aus? Richtig schön. Voll schön. Sieht richtig gut aus. Also, Mann, 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 Mann. Jetzt sind wir endlich raus aus dem Schnee. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber hier scheint auch Munition rumzulegen. Wieso das? Bedeutet, dass auch hier waren die Russen schon oder wer auch immer? Oder vielleicht ist es von den Verbliebenen da reingeschliffen worden? Vielleicht gibt es ja auch mehrere Eingänge. Und wir haben jetzt nur einen genommen von vielen. Aber es war ja ein langer Weg bis hierhin. Von der verlorenen Stadt ins verlorene Tal. Boah, hier ist es richtig schön. Es ist auch lange nicht mehr so kalt. Da kann Laira sich endlich mal die Jacke ausziehen. Ich würde sagen, abseilen wir die nächste Devise. Boah, ich finde es voll cool, hier auch einfach mal rumzuschauen und ein bisschen so die Landschaft zu genießen, weil das so mega heftig aussieht. Seht ihr das da hinten? Diese Türme da? Obwohl hier auch fett zerstört wurde. Also, so ganz frisch ist der Ort auch nicht mehr am Start. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Und ich wette, wir stoßen gleich auf den Liebenen da so. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte! Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich habe dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot! Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist deine Freundin. Auf mein Wort. Hier wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Uns bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia. Sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Ich hätte nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Kampfvorbereitungen. Untersuchen sie das Tal. Ja, und es wird natürlich einige Leute geben, die jetzt sagen, Mann, 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 das ist ja der Hammer. Hier leben so viele krasse Typen und Ladies. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Nur die anderen. Tut, was ich kann. Wir zwei. Die Kampfvorbereitung treffen. Für mich das Tal überblick. Geht zu den Klitten und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas schämen, blazen wir die Hörner. Geht mit Gott. Mensch, 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 das ist cool. So sieht also der Schlachtrad aus. Und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Die Verbliebenen. Sie haben Helikopter. Ich grüße Sie. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Dann bleiben wir unter den Bäumen. Was sie nicht sehen können, können sie nicht trennen. Die Sowjets haben sie also auch zurückgeschlagen. Und das scheint ihr Dorf zu sein. Egal. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das Meisterholt wird bei der Reparatur der Wachtürmer draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Gesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch zum Schmieden bleibt. Hm, Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich grüße Sie. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Ist ja gut. Wir sind vielleicht nicht die besten Spiele, dafür aber sehr gute Kämpfer. Hier gibt es Dokumente. Können wir mal was von den Verbliebenen lesen wieder. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Jacob ist mit Sicherheit, ne? Ich will's ja nicht, aber, ne? So wie es viele schon vermutet haben. Okay, gemütliche Stube. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch vier, vielleicht fünf Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir neun. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Sie sollten jetzt haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude zwei Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Hier auch noch ne schöne Kiste. Finde ich cool, dass sie so richtig Leben im Dorf herrscht. Hier werden irgendwelche tollen Kürbisse angebaut. Also die haben hier schon autark leben können über die ganzen Jahre. Und scheinbar auch teilweise... Wir haben uns nie von der Sorge jetzt verholt. Nein, ich versuche den Auspunkt zu reparieren. In alter Facette. Wenn der Wind einstürzen, wenn der Wind auffrischt, kann es einfach nur die Augen laufen. Sie können jeden Augenblick hier sein. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls sie weshalb wir sind. Ja, wir könnten theoretisch mal mithelfen. Aber ich will mir natürlich hier weiter noch erstmal das Grab anschauen. Das Grab, sag ich schon. Dieses Tal der Verbliebenen. Und das ist also gar nicht die verlorene Stadt gewesen, wie ich in der letzten Folge wahrscheinlich fälschlicherweise und dieser wahrscheinlich auch angemerkt habe. Sondern die scheint noch zu kommen, oder was? Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Oder ist das jetzt hier die verlorene Stadt? Dann wären sie aber kleiner, als sie gedacht hätte. Vielleicht tippe ich da hinten auf diese Ruinen. Vielleicht sind das die verlorene Stadt. Oder hier ist ein Eingang irgendwo. Da können wir uns noch rüberschwingen. Mann, 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 Mann. Können der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Pfeilspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. Verzichte ich lieber auf Nägel. Du nicht auch? Uns fehlen Leute und es gibt so viel zu tun. Ja, sie sind schon sehr verzweifelt. Aber das waren sie auch, bevor die Sowjets kamen. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Natürlich! Ich versuch's. Danke. Bring Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Ja, dem werden wir natürlich helfen. Drei von vier Hirschfelle brauchen wir noch dafür. Und dann haben wir aber schon fast alles. Ja, das kriegen wir auch hin. Den werden wir noch irgendwie jagen. Können wir noch mal einen Blick. Theoretisch. Hier mal auf die Karte werfen. Und da wäre das Ziel. Da können wir irgendwie Hirsche finden. Da müssen wir halt ins Tal reinrennen. Hier wäre auch das weitere aktuelle Einsatzziel. Das Tal scheint echt riesig zu sein. Und ich freue mich hier mal rumzudümpeln, weil es jetzt halt, wie gesagt, noch eine komplett neue Gege gibt. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Wir hätten eben mal ein paar MGs mitbringen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Weil nur mit Pfeil und Bogen gegen Maschinengewehre, das könnte heiter bis wolkig werden. Gut, ich würde sagen, wir ziehen mal das Tal runter, weil diese kleine Ortschaft, die haben wir jetzt abgecheckt. Dann bin ich mal gespannt. So, hier ist auch noch ein optionales Herausforderungsgraf. Ich nehme ja eigentlich immer ganz gut, die mitzunehmen. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch ein Hirschfell, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist auch wieder ein riesiges Areal. Ich finde es schön, dass es neue Biotope gibt. Biome. Oh, die weitere MP-Komponente. Ah, da können wir nichts öffnen. Das wundert mich aber. Hier, Pfeile haben wir genüge. Zugenüge viel mehr. So, und da vorne können wir irgendwie geschwind drüberhoppen. Hier theoretisch auch. Wo kommen wir denn da hin? Das tue ich mir aber mal an. Ziemlich cool. Oh, oh, da laufen sie. Und das ist nicht gut, wenn Trinity kommt. Hm, rechts oder links? Wo ist denn unser Hirschgebiet? Das schaue ich mir jetzt mal an, weil das will ich natürlich gerne machen. Okay, dann würden wir erst rechts lang fahren, ins Hirschgebiet. Und sparen so auf jeden Fall eine Menge Zeit. Munition können wir auf jeden Fall mitgehen lassen. Das ist was Gutes. Wo ist er denn, der kleine Hirsch? Da. 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 Shit, gleich kann ich ihn nicht mehr spannen. Okay, muss den von weiter hinten angreifen. Da ist er. Oh, ein guter Treffer. Oh, der hat gesessen. Kehren sie zum verbliebenen Bauarbeiter zurück. Zum verbliebenen Bauarbeiter. Mhm. Sehr doppeldeutig. Oh, hier dampft es ja richtig aus. Man ist in so einer Art Sumpf hier unten, ne? So Tümpeln wie in Island. Die habe ich mal in Island, weil ich da war, bin ich auch mal in so einer Lagude geschwommen, wo so richtig heißes Wasser aus dem Tümpel kam. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Fluss so eine Art heiße Quelle beherbergt. Ist schon schön hier. Auf jeden Fall. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Eingang zum optionalen Herausforderungsgrab. Wo auch immer das ist, aber der scheint hier irgendwo in der Nähe zu sein. Hier gibt es theoretisch auch noch mehr Hirsche, aber die will ich jetzt nicht unbedingt wegballern. Tut mir ja schon quasi leid. Und dagegen ist dann wahrscheinlich zu diesem Grab, wenn ich mich liere. Ja, vielleicht bringen wir erst mal das Zeug zurück. Denn ihr wisst ja Bescheid. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, es geht alles um Zeitdruck und wir müssen die Utensilien schnell darüber liefern. Damit die guten Mannen der Verbliebenen das alles reparieren können. Damit man sich ordentlich auf den Angriff von Trinity vorbereiten kann. Oh, da gibt es auch noch eine Höhne. Es könnte hier noch mehrere Herausforderungsgräber zu geben. Aber erst mal lösen wir noch schnell diese optionale Mission und dann haben wir doch wirklich einiges erledigt wieder in dieser Folge. Mit dem verlorenen Grab und so weiter und so fort. Das hat schon Laune gemacht. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Sehr wohl. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. Ah, der ist da unten. Ja, den können wir jetzt auch noch. Kommen wir jetzt auch noch eben. Kommen wir hier geschwind dran. Jetzt können wir ein bisschen joggen hier. Ich finde diese neuen Glanzeffekte immer so cool bei dem ganzen Spiel. Weiß nicht, das Wasser sieht immer realistischer aus. Was kann man hier machen? Moment, da kann man gerade noch irgendwas machen. Sich einfach dran hieven? Natürlich, aber... Achso, ich dachte, da wäre noch irgendwas anderes. Okay, leider nicht. Aber wie schnell Sie hier rüber robben können, da können Sie Weltmeister drin werden, glaube ich. Okay, und hier geht es direkt weiter mit der kleinen Reise. Und dann sind wir gleich auch schon beim nächsten Turm. Da können wir die Ressourcen auch noch klären. Dann seht ihr das? Aua. Das war aber ein ziemlich weitersprung. Weiter, als ich gedacht habe. So, der war unter dem Gebiet hier. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Nee, da muss ich mich ein bisschen... Obwohl, ich weiß nicht. Wenn ich mir jetzt rechts halte, geht das eigentlich. Boah, übel. Sieht ja unschön aus. Hier können wir auch noch was lesen. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ein neuer Tag. Was schaut er sich dann davon an? Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Wir haben aber aktuell noch eine Mission. Wir müssen zu dem Turm. Bin ich denn hier richtig? Das Schatten sieht doch so aus wie so ein Turm da vorne. Wo wir gerade drauf zugehen. Aha, das ist noch so ein Korb. Ich sehe das schon. Tada! So, und ich würde sagen, das war wohl mal mehr als erfolgreich. Jetzt können wir noch zum Wachtturm zurückkehren. Vielleicht eine kleine Belohnung einfordern. Und das erinnert jetzt gerade so krass an so ein Fantasy-Rollenspiel, fast diese ganze Gegend hier, oder? Ah, da ist er wieder. Unser kleiner Möchtegern-Geys hier. Supergeil designt hier. Super detailliert. Echt schön. Oh, da kommen wir gerade nicht hoch. Okay. Da müssen wir auch kommen. Ich bin da jetzt hoch. So. Bin ich nur zu seitwärts angesprungen. Weil das doch schon eine eifrige Abkürzung. Cool, wie das auch aussieht da mit der Wurzel über der Höhle. Würde ich ein Hammer-Level-Design. So, da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt als Belohnung kriegen. Das letzte Mal für so eine optionale Mission gab es ja einen Dietrich. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern. Dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Aha, neue Ausrüstung erhalten. Kampf erprobt. Alternative Ausfits. Genau, das können wir uns jetzt auch noch reinziehen. Das finde ich doch nicht schlecht. Da können wir uns ein richtig schnickes Outfit zu demütig führen. Und das, wie das aussieht, das zeige ich euch in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Bis dahin.